Es war wieder eines dieser intensiven Eishockey-Spiele, von denen man als Fan des ERV Schweinfurt noch lange sprechen wird. Die Fahrt in den Pfaffenwinkel zum TSV Peißenberg hat sich gelohnt. Die Mighty Dogs sind ja am Ende vielleicht etwas glücklichere Gewinner des ersten Finalspiels. Aber was waren das doch für tolle 60 Minuten Eishockey? Hier geht es um die Bayerische Eishockey-Meisterschaft. Die zwei besten Teams der Bayern-Liga stehen sich gegenüber. Und dass nur diese beiden Teams am Ende einer langen Saison übrig bleiben konnten, das bewiesen sie eindrucksvoll. Benedikt Waldner brachte die Dogs in Führung. Zwei Minuten waren gespielt. Das war es für ein Auftakt. Es war ein unheimlich ausgeglichenes Spiel. Zwei Minuten später der frisch gekürte Eishockey-Bayern-Liga-Spieler der Saison, Marek Voskisil, endlich für die Gastgeber aus. Nun war wieder Schweinfurt an der Reihe. Simon Knaub in einer 4-gegen-4-Situation brachte er die Mighty Dogs wieder hauchdünn in Front. Doch die Führung, die wackelte gegen Drittelende. Ganz gewaltig. Dreimal musste Varian Kirst den Retter in letzter Sekunde spielen. Äußerst selbstbewusst zeigten sich die Mighty Dogs. Der TSV Peißenberg hatte in Algener Halle erst zwei Spiele verloren. Ja und zu diesem Zeitpunkt stand der TSV schon längst als Vorrunden-Sieger fest. In der 24. Minute deutete sich aber die dritte Heimpleite für die Eishackler erstmals an. Roman Zniggetins brachte Schweinfurt auf 3 zu 1 in Führung. Norbert Strobel trief seine Jungs an. Der TSV im zweiten Drittel mit leichten Vorteilen. Nago Pfleger verkürzte auf 2 zu 3. So auch der Stand nach 40 Minuten. Und Peißenberg machte im dritten Drittel dort weiter, wo die Eishackler im zweiten aufgehört hatten. Thomas Becherer setzte nach. Der Ausgang des Spiels war wieder offen. Die Halle stand Kopf. 1700 Zuschauer waren es. Nur die gut 500 aus Schweinfurt, die waren zu diesem Zeitpunkt mucksmäuschenstill. Noch. Denn der Stadionsprecher hatte noch nicht ausgesprochen, als Alex Funk die Schweinfurter Fahnen wieder zum Wehen brachte. Das 3 zu 4 die richtige Antwort zum richtigen Zeitpunkt. Nun hieß es, kühlen Kopf bewahren. Doch die Madi-Docs taten das Gegenteil. In der entscheidenden Phase des Spiels kassierte der EFV Strafzeiten am laufenden Band. Und Peißenberg im Dauer-Powerplay die Strache für Schweinfurt, Thomas Becherer, mit seinem zweiten Sprech. Es wurde immer hitziger. Die Fäuste flogen, an die Kleider durfte duschen gehen. Das 5 zu 4 lag für den TSV zu diesem Zeitpunkt in der Luft. Und dann kam sie. Die einzige Minute im letzten Drittel, in der Schweinfurt einmal einen Mann mehr auf dem Eis hatte. Sergei Wassmüller schickte seine Parade-Reihe aus Eis und gedankte es ihm mit dem 5 zu 4. Eine Minute und 40 Sekunden vor dem Ende war das die Entscheidung. Peißenberg nahm den Torhüter raus und Alex Funk beschädigte den Endstand zum 6 zu 4 für die Madi-Docs. Ein Spiel gewonnen, das heißt noch nichts. Im Tennis könnte man sagen, Matchball für die Madi-Docs. Und wenn sie den am Sonntag verwandeln, ja dann werden wohl auch die letzten Höhlen fallen.